servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal das cypher of the first ones das chiffre der ersten systeme ist ein neues system in 9.2 welches es euch ermöglicht quasi belohnungen und boni für euer erlebnis in sereth mortis einzusacken es wird nichts dahinter stecken was eure player power im raid oder im dungeon großartig oder generell verbessert aber ihr könnt damit quasi mehr ressourcen sammeln buffs fürs questen einheimsen und so weiter und so fort wir gucken uns den ganzen skill tree wie man es freischaltet wie man die ressourcen farm und so weiter an wenn das auf dem live server ist das ist jetzt noch ein video vorab bevor der patch überhaupt gekommen ist und zwar geht es darum wenn ihr am mittwoch loslegen wollt wie ihr am besten skillen solltet je nachdem auf was ihr welche inhalte ihr besonderen wert legt letzten endes sieht es so aus ihr bekommt mit den ersten freischaltungsquests auch diese cypher of the first ones womit ihr durchstarten könnt die benötigt ihr um in diesen skill tree rein zu buttern und ihr seht hier ihr habt vier verschiedene übergebiete material alec delic trebalim wo wir gucken uns die sachen dann gleich noch an vier quasi oberbegriffe sind hier stehen die jeweiligen kosten daneben würde man dieser empfehlung hier folgen und darunter gibt es dann noch mal weitere unter menüs unter kategorien mit unterschiedlichen boni wir gucken uns das jetzt mal an hier ist das ganze ein bisschen besser aufgelistet also wir fangen an mit dem material das ist das system auf der linken seite der oberste punkt gibt euch die möglichkeit euren prokopok zu aktivieren er bekommt alle sechs minuten eine energie bis zu zehn und wenn ihr diese lore concordances aktiviert durch die ihr da auf die ihr dann zugriff habt bekommt ihr und alle spieler innerhalb von 50 yards für zehn minuten einen buff dann geht es darunter weiter mit dem casual understanding dadurch bekommt ihr mit dem ersten teil mehr diese dieser chiffren also wenn ihr möglichst schnell durchskillen wollt lohnt sich das höchstwahrscheinlich da ihr damit einfach mehr ressourcen einsackt der zweite teil creation da könnt ihr ein echo beschweren wodurch ihr mehr movement speed bekommt ihr bekommt mehr progenitor essenzen von berufen und so weiter und so fort und oder der radius in der euch gegner entdecken ist verringert und diese progenitor essenzen sind für dieses neue mount crafting system der dritte part hier ist dieses echo allows you to ask prokopok to seek out and mark nearby echoed gyro on your minimark also damit aktiviert er diese echoes diese echoed gyro und zeigt sie euch auf der minimap an und der letzte teil damit könnt ihr einfach nur das aussehen eures pokopoks verändern oder es gibt euch zugriff auf die customization das ist diese komplette erste reihe hier von oben nach unten und dieser erste oder dieser zweite teil hier der lässt sich dann auch noch weiter aus also dieses creation dingens hier und das war eben das was euch diesen buff gibt beispielsweise mit dem radius wie euch die gegner entdecken das hat dann verschiedene laufzeiten die zweite reihe beginnt hier ist dieses ehrlich da bekommt ihr dann temporary powers wenn ihr prokopok energie ausgebt die euch dann buffen beim questen oder in oribos ist jetzt persönlich wenn ihr genug gier habt ist das eigentlich am anfang erstmal relativ irrelevant mit diesem eltonian understanding könnt ihr mit verschiedenen gyro in verschiedenen gebieten interagieren dann haben wir hier ihr könnt drei verschiedene kräfte von verstärkungskonsolen aktiv haben endlich die kosten dieser oder an diesen konsolen werden reduziert hat auch drei ränge dann verlängert die dauer dieser buffs und hier der letzte part da werden crystallics fari jetzt erschaffen beziehungsweise das sind dann sozusagen buffs für euch so dass ihr oder wie hier steht can be used to gain a temporary power as normal also wodurch ihr noch mächtiger werdet beim questen letzten endes ist dann dieser mittlere oder dieser zweite part von links hauptsächlich dafür geeignet dass ihr beim questen stärker werdet wenn ihr da jetzt schon mit ordentlich gear in den patch geht würde ich sagen ist das für euch relativ irrelevant beziehungsweise nicht ganz so wichtig der leg es steht auch dabei wildlife control also damit geht es um die mobs in sereth mortis hierdurch könnt ihr grant your access to the synthesis forge damit könnt ihr eben dieses protoform synthesis mounts und pads und so weiter herstellen also damit schaltet ihr eines der größeren systeme in diesem patch frei hiermit könnt ihr mit dem zweiten teil mehr und größere creatures erschaffen also letzten endes wird damit euer rezept arsenal erweitert hierdurch mit dem nächsten mit dem core real habt ihr die möglichkeit dass prokopok mit dem wildleben kommuniziert und ihr könnt damit valuables also wertvolle gegenstände in schwer zu erreichenden locations tracken also ich gehe mal davon aus das wird euch dann einfach auf der minimap besonders seltene materialien anzeigen dann hier automa die von eurem prokopok kontrolliert werden machen 5% mehr damage haben 10% mehr health dann hier die laufzeit dieser kontrolle um 5 minuten erhöht erhöht und die energieregeneration eures prokopoks was wir am anfang schon hatten um 1 auf alle 5 minuten erhöht hat auch 3 ränge also da geht es dann drum in diesem part weiß nicht einmal dieses protoform synthesis und gegner kontrollieren stärker werden pipapo sowas in die richtung und dann haben wir noch den letzten punkt treble lamp das sind prokopok upgrades holy shit dieser name macht mich immer noch fertig mit dem ersten talent bekommt euer pokopok eine neue fähigkeit je nachdem welche rolle er hat mit dem letzten oder mit dem zweiten part könnt ihr und zwei party members mit euren pokopok über einen so kernlosen wächter die kontrolle übernehmen und damit könnt ihr quasi fahrzeug steuern und verwüstung verursachen hiermit werden mit dem nächsten talent werden fähigkeiten von pokopok bzw eine fähigkeit verbessert so dass sie mehr schaden macht dasselbe geht dann hier mit mit dem sublim wodurch eine lichtbarriere stärker gemacht wird und mit dem letzten talent wird seine energie um zwölf erhöht also das macht letzten endes euren begleiter stärker jetzt haben wir alle talente ungefähr gesehen die größten sachen geben euch in der regel diese ersten talente alles danach ist mehr so ein bisschen kleinkram wow hat empfiehlt als erstes material understanding zu skillen einfach weil es nur fünf ciphers kostet instant freigeschaltet wird und das könnt ihr halt direkt am ersten tag machen andere dinge hier seht ihr das casual understanding dauert eine stunde ehrlich understanding 18 stunden und das letzte drei stunden drei tage und 18 stunden also das dauert immer länger was noch interessant ist ist dieses altonian understanding was hier genannt wird wenn ihr möglichst viele ressourcen wie die cyphers was wir am anfang schon mitgegeben hatten aber auch cosmic flux bekommen möchtet kosmischer flux dann solltet ihr als erstes oder nach diesem ehrlich understanding das wo war es ehrlich understanding skillen klingt erstmal ein bisschen kompliziert wir gucken uns das ganze auf deutsch noch mal an aber es ist dann letzten endes dieses talent hier was euch mehr ressourcen gibt also wer mehr ressourcen will sollte daran reinballern wenn ihr schnellstmöglich mounts und so weiter über das protoform synthesis system reinholen wollt solltet ihr es gehen 1 2 3 und danach hier rein das als viertes wodurch ihr mehr mounts und so weiter und so fort herstellen könnt und darauf bekommt ihr dann schnelleren zugriff und dann zuletzt haben wir noch dieses treble understanding hat keine wertvollen systeme und so weiter und zusatzfeatures also diesen part hier gibt es mehr ressourcen hier gibt es mehr mounts und pets und so weiter und das hat ehrlich gesagt nicht so wirklich viel für euch zu bieten dementsprechend solltet ihr je nachdem was ihr bevorzugt ich würde jetzt zum beispiel wollen dass ich möglichst schnell wenn ich hier dran bin den skill tree vollkriege also erst hier oben in die drei skillen dann da rein und danach seid ihr eigentlich letzten endes frei wie ihr wollt oder erst hier rein guckt wonach ihr oder worauf ihr eure prioritäten legt und sobald das auf dem live server ist gucken wir uns das ganze system dann nochmal genauer an damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video lasst gerne ein abo da falls noch nicht geschehen um keine news zu 9.2 zu verpassen haut rein habt eine gute zeit ich freue mich auf 9.2 ich hoffe ihr auch bis dahin ciao